Ja, Ismael, du warst an beiden Toren beteiligt, vor allen Dingen am 1-zu-1-Schilder. Mal, wie ist es passiert? Es lief ja wenig bei euch zusammen, ne? Ja, hat man gesehen, war das erste Saisonspiel. Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir haben auf jeden Fall Charakter bewiesen. Wir haben echt gekämpft bis zur letzten Minute. Das hat sich dann auch mit einem Punkt ausgezahlt. Wir hatten Druckphasen, hätten wir die genutzt, glaube ich, dann geht das hier auch anders aus. Wie gesagt, wir haben halt noch Luft nach oben. Die Truppe ist gut drauf und ich glaube, wenn wir heute ansetzen mit dem einen Punkt, dann gibt es nächste Woche auch drei. Ja, jetzt schildern mal die beiden Tore, an denen du ja beteiligt warst. Ja, das erste, wie gesagt, geht 100 Prozent auf meine Kappe, das Gegentor. Da schaue ich nicht, spiele den Ball zu lasch und der Torwart kommt dann zu spät, aber kein Vorwurf an ihn. Beim ersten, ja, wie gesagt, sowas passiert. Ja, das zweite Tor, das 1-1, das war dann eher glücklich, ein bisschen mit der Sonne kombiniert. Ich will ihn eigentlich nur in die Spitze reinschlagen, kommt auf dem Platz super auf, rutscht noch ein bisschen und ja, danke an den Torwart dafür.